Nächster Gegner der Franzosen ist am kommenden Freitag Uruguay oder Portugal, die am Abend ums Weiterkämpfen, Weiterkommen kämpfen. Die Lottozahlen 16, 24, 37, die Text ab Tafel 580. Und wir kommen noch einmal zurück zum Fußball und den Bericht, den wir vorhin gerade angespielt haben, der jetzt aufliegt und Ihnen gezeigt werden kann. Didier Deschamps, Frankreichs Trainer.